Die Kugeln sind aufgebaut. Du hast Anstoß und denkst, kein Bock hier meine Zeit zu vertrödeln. Einfach mal alle Kugeln direkt versenken. Alle Kugeln? Nein. Eine unbeugsame Halbe versucht den Poolpaten Widerstand zu leisten. Aber beim zweiten Stoß geht auch sie ins Netz. Was für ein Auftritt? Wir ignorieren jetzt mal, dass die schwarze Kugel als zweites versenkt wurde. Beim Trickshot ist alles erlaubt.